9 Leute, es sind 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ja komm, wir kriegen die Lobby voll, Leute. Ey, das wird ein Gemetzel. Ich mach mal mit 5. Das ist extrem witzig. Ja gut, da hast du 4er dabei, da hast du 11er dabei. Die Quatschen sind teilweise untereinander. Da auf Abruf, da kannst du schon starten. Auf Abruf werden die da einfach hinzugezogen. Es geht los. Ja, 12 Leute sind immer. Alter Scheiße, das wird eklig. Jetzt werden wir nur noch sterben lesen. Sterben, 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 sterben. Doch, Team. Nee, aber wir stehen so nah aneinander, dass ich gerade dachte, wir sind Team. Ja, du auch. Ich dachte, dass gerade wer steht da neben mir. Ich dachte auch, wir sind Team oder warum steht hier jemand so nah an meiner Linse. So, Alter, der eigentlich steht direkt hinter mir. Die stehen alle hinter mir. Hilfe, auf die Fresse. Los geht's. Huiiii. Ich fiel alle auf Karo mal. Jawohl, hab den. Wir haben schon auch jetzt geholt. Au, 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 au. Au, 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 au. Die meisten werden sich jetzt darum kümmern, sich wegzuschießen, gegenseitig. Mist. Das ist weins. Ich will mich verletzt. Aua. Wer kommt da? Wer hat ein Auto? Markus? Nee, ich bin's nicht. Oh, baby. Die erste. Oh, oh. Ach, du guter Autofahrer. Entschuldigung. Ah, die Zonen sind jetzt auch größer, ne? Ich hab gar keine Waffen momentan. Ja, ich war, ich war eh schon fahrt tot, also. Und Guardian Beast hat das Spiel verlassen. Ach. Boah, schade. Der Kleider hat mich geholt. Ich hab noch keine Punkte, weil ich will uns auch nicht reinkommen in dieses... Nee, könnte auch teilen. Ja, was tretest du jetzt die Bank? Weil ich meine, man muss nie mehr haben. Tret's die Bank, aber noch ein Salz bis zum Abfluss. Ja, das war ja schön. Meine Waffe ist auch leer. Naja. Wie, die Punkte wird's wahrscheinlich nicht geben. Nee, mehr Todespunkte. Alter, hau ab! Ich will nur die scheiß Waffe haben. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Ja, die Waffe und dann abknallen. Ja, genau. Alter, ich hab gar nicht schon, ich komm gar nicht mehr raus, gerade. Ich will die scheiß Waffe haben. Sonst kann ich hier gar nichts machen. Au, Alter! Der hat mich einfach als Kalt von hinten. Der sagt, der kämpft da. Black Tiger, der kennt an der Zone A, weißt du? Der sitzt hinter der Kippe. Ob ich bemerkt... Der sitzt hinter der Kippe. Ich hatte die erste Säte. Und dann hat der mich da wieder wegrasiert. Weil ich das gerade so... Ja, der Schiedsgelt die Luft. Ja, ähm... Ich fragte Fragen, was dich, ne? Wo man die Luft abknallen will. Alter, was war das? Der ist zerbrügelt. Geil. Aber ich war nicht durch dich getötet. Nee, ich weiß. Du hast keine Chance momentan, irgendwas zu machen. Einen Schuss! Der trieb eine Rolle und hat einen Schuss, um mich zu töten. Ekliger Mensch. Ja, genau. Das ist wirklich knackig, ey. Oh, hei! Ich hab'n Kill! Wie der ist grad an mir vorbeigereit und ich geh so langsklick daneben jetzt. Oh, ich hab' das getan ab, ey! Mein Mensch hat aus der nächsten Nähe. Raus, oder keine aus? Ja, ich hab' nichts... Ich hab' keine Punkte, weil ich echt nur so ein Mist habe. Ich hab' keine wirklich Waffen, und... Ja, von hinten, du Sack. Ja, ich wollte grad Muni einsammeln, aber dann war sie weg, weil du sie eingesammelt hast. Jetzt kommt die alle mit knappen Autos anlegen! Ernsthaft! Es war sehr schön, dass sie eine Barrikade über mich rum baut, ne? Du kannst ja... Fiatix machen, ey... echt... Das ist das... Ich hätte wirklich, dass der Typ da kämpft, alter. Ja, bei A kämpft der echter Black Tiger, die ganze Zeit, die habe ich am Anfang weggehebt. Aber auch für das Scheiße, da... Aua, Aua, Aua... Aua, Aua... Aua... Aua, Aua... Aua, Aua... Aua, Aua... Aua, Aua, Aua... Aua, Aua, Aua... Aua, Aua, Aua... Aua, 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 Aua... Aua, 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 Aua... Aber hofflich ich eigentlich, ja, die Punkte, die du in den links hast. Nein Daniel 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 Mayer Der Abdell der black tag hat aber auch eklig jetzt wird sich die ganze zeit genau das war der teuer mal ich muss hier mal anlegen eriko du alter schleichkämpfer weiter schleichkämpfer was ist das ich hab nix andere sein waffen die fresse hier aber ich bin ich jetzt die ganze zeit noch für mich fokussiert ist alter ganz ehrlich aber ein punkt gekriegt ich habe euch so die scheißleiter das ist zum kotzen ich habe ein gerade schön weggeholt auf die volllauf alter was ist denn das sind die scheiß waffen ja ja geil ach da stehst du auch man jetzt hast du erlebst machte beckteilen du hast vier schüsse auf den kopf gekriegt und überlebt jetzt steht immer noch da der beckteile gerne das ist mir egal mir hat man hier keine schuhe lol aber an diese scheiße pc also ein gemetzel hier unfassbar ich habe hier noch ein handy gedrückt ich habe black tiger ausschossen dann nur noch eine kugel in der waffe von ganz da oben in der granate hier noch kilometer weit weg stummelten aber für die entfernung können wir schießen der black tiger der steht gefühlt 100 kilometer von mir entfernt die kamen mit koppel töten Er ist auf ihn, Riku. Jetzt müssen Pizzi was auf den Punkt wieder gut kümmern. Nicht viel, aber nicht... Ach, da steht der Nächste hinter mir. Ich hab das so schön in einem Visier, dann steht der Nächste Asila hinter mir und schießt mich weg. Ach man... Oh, der geht mir halt auf die Eier, Alter. Die kämpft mal einfach in der Kisten und... Ja, natürlich kämpft die... Das ist klar, dritter Punkt, die holt sich dadurch die Punkte. Ich setze Grütze, ich spiele aber alles gut. Alles klar. Und dann steht der noch dahinter und holt einen Weg. Siebter. Sollte? Ernsthaft? Ich bin einfach mal so klammheimlich. Weißt du? Ich hab auch nichts auf die Reihe gekriegt, ich hab lange Zeit keine Waffen gehabt. Ja, die Frauen an die Macht, ne? 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 Ja, die Frauen an die Macht. Da sind diesmal nicht so viele. Das war auch zu viel gerade an Leuten, muss ich sagen. Wäre der echt? Ja, aber es sind trotzdem die Assis in der Print, die hier in der Hardcore spielen. Ja, das ist... Ja, das wäre ein Big Tiger, ja. Ja, das wäre ein Big Tiger. Ja, das wäre ein Big Tiger, ja. Ja, das wäre ein Big Tiger. Untertitelung des ZDF, 2020